Dann, was kommt hier jetzt? Oh, hier ist es mit Eis. Okay. Okay. Habe ich verstanden. Hey. Ah! Jetzt bin ich rein. Wieso bin ich hier jetzt reingedashed? Was war das mit mir falsch? Oh. Oops. Aua. Oh. Oh. Okay. Nochmal. Nein! Eh! Hallo? So? Oh. 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 Yeah. Okay. Moment. Hickereland. Boop! Heh heh. Okay. Komm, stirb! Ah, gut. Easy. Wie viele Stockwerke hat das? Oh, 1337 finde ich sehr gut. Wie viele Stockwerke hatten der Scheiß-Tour? Unsere Streben gilt allein der ultimativen Erfahrung. Doch unsere Möglichkeiten wurden eingeschränkt. Es wurden Hindernisse errichtet, die unser volles Potential in Fesseln legten. Was wir brauchten, war wahre kreative Freiheit. Die ganze Reihe? Moment mal. Äh, wenn ich jetzt hier mal auf die Karte... Ich darf keine Karte. Oh. Ja. 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 10, 21, 18, 20, 21, 22, 22, 22, 32, 24, 25, 27, 29, 27, 21, 23, 29, 29, 31, 30, 31, Best. Oh,eri 드�era stick. бог ver, wenn ich mit einer Beendung bin… doch bei dem denn eine Beendungmentste everything noch ganz gutschuess. Oh, Kamera, bei derueprint. Oh, meine Fort Look hat mir sehr gut. Was? Passt. Blöd. Er kann nix. Ah! Ah! Aber. Was wirst du? Rihorn! Oh, das ist ein Schock. Äh, Welle. Nicht Schock. Oh, Eiswelle. Aua. Aua. Dude, du bist echt... Echt nicht cool, muss ich sagen. Hier, warte mal. Hier, warte mal. Oh! Oh! Ahaha. Wow! Oh! Kollege, mach mal halb lang. Ja. Aua. Aua. Oh! Okay. Ähm. Das war ein Fehler, die zu kaufen. Das war ein Fehler, die zu kaufen. Oh! 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 Nee, hier. Aua. Aua. Aua! Hey, Kollege. Das muss mal nicht so stinkig sein. Ja. Kollege, warst du stinkig, hä? Noch habe ich nichts Schlimmes getan. Ups. 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 Oh, der ist ganz schlimm. Okay. Nee, hier. Nee, 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 nee. Nein, nein, nein. Aua. Ups. Jetzt habe ich mich direkt in seinen Weg teleportiert. Das natürlich. Nein. 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 Ups. Ups. Jetzt habe ich mich direkt in seinen Weg teleportiert. Oh, das war natürlich jetzt nicht ganz so schlau Ha! Oh oh Aua Wow, okay Aua Ah Oh oh Okay Puh Ähm Ja, okay Endlich Ist das schlimm hä? Wieso macht man so Level Hilfe? Wieso? 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 W reconciliation Wieso? 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 Moment. Ah. Okay. Nein. Ah. Easy. Hmm. Ah. 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 Ah, war. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das passt. Untertitelung des ZDF, 2020 Why did you do that? Untertitelung des ZDF, 2020 What? 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 Badum. Ah ok, gut zu jetzt aber. Ich muss nur schnelle Winkel drin haben. Ey, ey. Oder auch einfach daneben. Das geht natürlich auch. Ich finde aber interessant, dass er mitschießt. Jetzt muss ich schauen. So. Ja, mit einem Schuss wird es schwierig, würde ich mal sagen. Obwohl, was machst du denn überhaupt? Okay, warte mal. Wenn der jetzt mal ganz hypothetisch wieder dort steht, wo er am Anfang stehen muss, geht er so weit durch die Wand. Das wäre natürlich extrem optimal. Was habe ich hier? Hallo? Geh mal südlich zur Wand. Perfekt! Ab. 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 He, passt doch. Geht doch alles. Wow. Wäre ich fast untergesprungen. So, da ist wieder kämpfen. Das heißt, wir machen hier mal wieder eine kurze Pause. Beziehungsweise halt bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Aber kurz kurz. Tschüss.